Und Kalli, was geht ab? Endlich mal wieder ein neues Auto. Der Kalli packt die auch bei seinem Chef. Halt für Geld. Ich muss bezahlen, ja, aber ich darf auch parken. Der Auspuff kommt von vorne nach hinten, ganz klassisch. Nur aus dem Entschalldämpfer macht er einen U-Turn, geht nach vorne und geht in die Seite. Sehr interessant. Den Karren kannst du voll vergessen. Hm, riecht ein bisschen muffig hier. Das hier ist richtig gut. Computer Laser Disco. Ah, das hier trifft es, glaube ich, am passendsten. Ne, das finde ich natürlich nicht gut. Doch, ich finde es irgendwie gut. Kann mich noch nicht entscheiden. Pass auf, verbrenne dich nicht am Hitzeschutzblech hier. So, Kalli, und? Geiles Auto. Was für ein Radio drinne? Düsseldorf. Blaupunkt Düsseldorf. Wenn die Tür aufgehen würde, könnte ich es dir zeigen. Das nannte man dann früher Herrenhandtasche. Und so ist man dann in die Disco gegangen, damit einem das keiner klaut. War beim Tanzen halt bisschen nervig. Ja, ist ja an sich schon ein ganz gutes Auto, oder? Was hat man da drinne? Scheiße. Okay. Oha. Uh. Uh. Naja, jetzt sieht er doch wieder aus wie neu. Das hat echt gefehlt. Also Kalli, da hast du wirklich ein sehr gutes Auto gekauft. Wollt ihr die haben, für kleines Geld gerne abzugeben. Bis zum nächsten Mal. 3 Uff. 3 5 6 11 11 Untertitelung des ZDF für funk, 2017